so okay fängt ja gut an Achtung warum steht da Achtung ich weiß nicht welchen Drachen ich nehmen soll keine begrüßung kein letzter aber was du vorhin gesagt hast was soll ich stecken ja wir wissen alles du hast alle drachen ja wir wissen wir wissen dass du alle hast was ist das das ist ein Drache gut da ich das auch mal weiß ich kann die map irgendwie nicht abdies mit kurz was soll man als nächstes spielen Tower in Titans oder Capture Point ich habe 1000 DeiTons angeklickt wie leute hier unten sind ist doch arm ist ey kurze menschen so ja suche nach ebenso range ja also nix besonderes das ergibt eh keinen Sinn weil der Rang ist ja dein Level du kommst egal ob du Rang 30 oder 60 du kommst trotzdem mit Anfänger in deiner Lobby beim Match das ergibt doch gar keinen Sinn was hat das mit dem Vote zu tun mit dem was Vote Next Map ja wähl die nächste Map kannst jetzt aussuchen wer abgestimmt wo am meisten jetzt hier denkst wo am meisten abgestimmt wurde das kommt die nächste Map kommt als nächstes klar wirklich viele haben ja nicht abgestimmt wenn ich wechsle dann ja guck mal wie viele Spieler es sind nur 180 Leute im Online los Reißen haupt mit PvP wir spielen ja kein PvP wir sind ja Noobs wir spielen Koop oh oh was ich bin schon Silber oh weil es da nicht mehr so geht ein Hero ein Victor und eine Alexandra und ein Nikogami was ist das denn für ein Opfer Halt's Maul Halt's Maul kennst du den ja echt er ist voll korrekt echt wie korrekt ja man wie korrekt du redest gerade mit ihm echt ja cool wusste ich gar nicht was Arsch ey jetzt hab ich's gehört echt ne war ja auch Absicht dass du es hörst wie lange dauert das jetzt in Köln aber nicht beschwert ich bin ein Anderen wir haben die Bambusleitung zu Hause Bambusleitung? wir sagen immer HolzPC oder ein Baum ein PC aus ja aus Holz halt ein L-Spot sagen wir Bambusleitung Bambusleitung Bambusleitung? also Bambusleitung ist ein bekannter PvP Begriff wenn du gegen jemanden spielst der pauslos am laggen ist aha was dann die Panda Leitung? keine Ahnung woher soll ich das wissen? weiß ich ja nicht Pandas lieben gern Bambus oder nicht boah man können die nicht mal Hinde machen sogar die Bots sind schon fertig ach nee die sind immer fertig direkt trotzdem au ja die sind rausgef- ne der eine doch der eine ist rausgef- wer ist denn das hinter mir? wieder so ein Opfer? behalt deinen Sand bei dir ich will keinen Sand haben in deinen Arsch nee danke ach komm so ey ich hab einen Kill ja ich hab einen Kill wohl macht nur nochmal die Anzeige du reiche Anzeige ich hab 3 Kills ja du kleiner Klaueige wenn wir alle gleichzeitig auf die gehen ich komme euch mit Leben voll aber wie es aussieht habe ich das Spiel noch nicht verlernt du warst auch nie wirklich gut da drin du warst ja auch nie wirklich gut hier drin ich bin nicht der Meinung dass ich hier gut drin war ich habe doch gesagt du warst auch nie wirklich gut hier drin wieso habe ich dann mehr Kills als ihr alle wer ist ein erster ich ja du aber ich habe die meisten Kills ja und würde ich eine Klasse und im Gegensatz zu dir bin ich noch nicht drauf gegangen ich bin auch noch nicht drauf gegangen du Mongo und aber fast das reicht ja und würde ich euch nicht vollpuppen mit Leben wärst du auch schon drauf gegangen aber was macht der mit seinem Zeug hier das Nerven das ist ganz schlimm Beschleunigungs Zeug der Mitstreiter ist wieder hochkonzentriert hä? was? ich hab gesagt du bist hochkonzentriert der Hund hat mir grad meinen Kill geklaut und schon wieder und schon wieder herzlichen Glückwunsch und schon wieder und wieder und jetzt habe ich den Kill bekommen voller spannende Gesprächsstoff ja man mega mhm der ist eigentlich so unter vorbei soo mach mal erst noch ein paar Punkte abstauben ey ich will dich heilen ich will ja nicht für die Punkte haben gib mir Punkte und der ist da zwei da echt? ja dabei habe ich die meisten Kills ja wie fühlt sich so da hinten da unten im Dreck ja wie lang bist du? Rang 9? Mann Mann was ist mit Rang 9? was ist Rang 9? oh wir hatten zwei Anfänger sogar ey ups ist er klar bin ich Rang 9 was meinst du wie wenig ich zocke? es sind mehr zocken zumindest den Müll ich blase jetzt Gegner zu Tode ich blase jetzt Gegner zu Tode mit meinem Blubberblas ach deswegen warst du Platz 1 blitzmerker 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 scheiß healer was healer der scheiß healer hat dir vorhin die ganze Zeit äh Leben in den Arsch gesteckt in den Arsch gepumpt vorher oh da war ziemlich lieber die andere nein wo ist der Seelenheil wo ist der sch- hä? äh wie doof? da ey wieso bist du abgehauen? halt mich mal nochmal hey suche einen Mongo warte mal bei mir spinnt das grad so ich will mal schauen wie ich mit anderen Drachen zurechtkomme ach ich nehme euch nochmal den Banshee der ist grün schreib mir mal hin nein bitte fertig nikogami was ist das denn hier halt für ein Opfer? ach halt einfach die Klappe kennst du den oder was? du weißt genau dass ich das bin echt? nein ich tue nur so ne ich hab nur so'n ich hab nen Nico Gamm mit so ner 1 jetzt habe ich auch noch den falschen Drachen gewählt oh der MK1 oh der MK1 ah diesmal gestern wusstest du dass hier hinten Schatztruhen sind eigentlich? die kann man öffnen wie? da kann man Level steigen wenn man die öffnet wirst du gleich sehen guck zack das wusste der jetzt aber wieder nicht alter seid ihr jetzt mir alle gefolgt? ne nur ich und noch jemand oh mein Gott Raketen ja erstmal schauen was der hat überhaupt nichts was auf MP läuft kann das sein? nein dafür zieht der ihr Leben ab ich hoffe der macht auch dementsprechend viel Damage dann ja macht der aber du brauchst ne Heilwaffe was hast du ihn nur für ne Waffe bist du? bist du? oh du hast ein Argus ich glaub du wirst erst ein paar mal sterben wer braucht Mana? eine Goldkralle ein Klingenschmied und ein Autotracker und eine Eisqualle und ein Doppelkirch und er hat verdammt hohe Reichweite das geht und er ist gestorben so wie ist denn nochmal? ich hab's vergessen ein Klingenschmied ein Eiskolder schon wie da hey ich bin fünfter mein vierter Ich bin erster Asch wieder Stirb Danke Oh, ihr seid alle fast tot Ich hab volle Leben Ach, kack, hab ich zu spät gesagt Oh, ich muss noch mal Mana Mana, Mana Was hat er geschrieben? Rot Zwei Punkte, äh, paar Punkte Was soll das jetzt das? Was soll das damit gemeint sein? Ein Was? Ich hab beide meine Kids gesnackt Was ist denn die denn für welche? Ein Healer wäre nicht schlecht Was, der Healer sind doch scheiße, hast du gesagt Scheiß Healer Kann man selbst Mod Kann man sterben, wenn man zu viel schießt? Ja Ich hab auch keine Dings mehr Keine Spruchrolle Zumindest muss ich die noch renegieren Ich kann dir Mana geben, wie wär's mit Mana? Ich scheiße auf Mana Du hast eh genug Mana mit der Klasse Ach komm, ich wollte Was? Ich bin nur Zweiter Ich hab eh, er hat mich überholt Was? Ich hab's noch auf dem dritten Platz geschafft Er hat mich überholt, er hat mich überholt Woll Ah, die Gebäude-Kits bekommen Ah, der Mongo Na egal Blöd Mergerlich Wenn ihr möchtet jetzt mal, ich nehme mal die Magmaschuppe. Aber ich will den anderen Skippen machen. Da. Ist ja alle für Kappa Punkten. Ja doch Kappa Punkten. Oh keine Ahnung. Mit hohersten Teilen ist das nicht ganz so gut. Ja und ich will unbedingt mal drauf zocken. Echt? Ja wieso haben wir noch Viertelschwimmen gefasst? Ich war so lange nicht mehr in dem Spiel. Ja Steamers 4S oder Minecraft oder was auch immer. Ja Minecraft macht fahren. Minecraft. Ich hab auch Video hochgeladen heute. Oh ein einziges. Ja. Wie du deinen Turm präsentierst. Ja. Ich kenn auch jemand der hat ein Video gemacht wo ein PvP Mensch macht. Oh. Oh. Schon wieder das ist ein Emokami. Der verfolgt mich. Ich bin Stalker ey. Ja. Ja. Jetzt machst du dich mal die Truhen auf. Ja bin zumindest dabei. Ich auch will leben. Nein halt zauber nicht leben. Alter kann der mir mal von der Pelle rücken? Wer? Der Typ der kuschelt die ganze Zeit mit mir. Benjamin? Benjamin? Achso ja. Oder wer? Nee nee der hat den Gallenspeier spielt. Äh das. Ein Kill. Ich mag diese Map nicht. Die geht mich zu schnell rum. Ich will den Gallenspeier spielen. Ach scheiße. Friss meine Meteoren. Boah man. Die Schubs stücken mich halt. So fack nice. Okay. Ich probere euch alle mal mit Leben voll. Wäre ganz cool. Oh. Freunde der Nacht. Freunde. Freunde der Nacht. So. Ich muss versuchen wenigstens noch auf Platz 2 zu kommen. Ach wer steckt mich hier mit dem behinderten Kackeis an? Gewonnen. Vielleicht würde ich mal gleich den Ton anmachen. So still im Augenblick. Was machst du nur da unten? Wer soll ich das wissen? Oh ich hab ne Mission geschafft. Hast du ja ne Mission geschafft? Ich mach mal den Sound an. Ich hoffe das ist ganz so laut. Das ist doof dass man den Sound nicht... Ah das ist ja schon mal gut. Wen nehm ich denn jetzt? Ich nehm die Meereskralle. So. Schon wieder dieser Niko kam. Mann. 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 Ja. Voll der Stalker. Ach halt's mal. Soll ich mal meinen Maul halten. Soll ich mal meinen Maul halten? Ach. Nein den Kampf. Und wann zacken wir Minecraft zusammen? Gar nicht. Lotof of the now. Franco. Schon wieder Benjamin. Ich mein's nicht der ist der mich schützt. Lauter. Ah das ist nicht so laut man versteht kein Wort. Es kommen wieder 50.000 Leute online. Nein. Ich blase euch voll mit meinen Blubberblasen. Da steht hier doch alle drauf. Aber werden wir eilen. Ich hatte mein Match aufgenommen damals. Hab ich aber gelöscht. Da hatte jemand auch dieses... Ich weiß nicht wie ich auch weiß. Auf jeden Fall mit diesem Skelett hier. Boah der hat das 50.000 mal in der Runde durch bekommen. Und hat alle Kills damit geklaut. Das war so behindert. Ich geb euch mal eine Mana. Oh ich hab einen Gegner zu Tode geblasen. Ich bin sogar noch einer. Ich hab einen Dreier zu Tode geblasen. Einen Dreier zu Tode. Einen Dreier zu Tode. Oder auch mal Zeit dass er gestorben ist. Du Schlafnase. Einen Dreier zu Tode. Drei. Tracht. Ein Höllenfeuer. Weißt du ja. Und ein Herzenstein. Guck mal her. Ich habe einen Gegner mit meiner flüssigen Hunde zu Tode gerieben. Mann, 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 ey, immer dieser Niko Gami, der nichts kann. Was heißt hier, der nichts kann? Er räumt hier alles auf. Ja, hat man ja gesehen, du bist fast gestorben, wenn ich dich nicht gegielt hätte. Wäre ich eben nicht. Sicher? Habe ich dich nächstes Mal einfach nicht. Ich habe noch den Heilzauber dabei. Echt? Oh, der ist mal ganz schön gut vorge... Der ist ganz schön gut vorbereitet. Mein Gott. Wow, 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 ich will jetzt aber nicht noch sterben. Oh, erster, schon wieder. Ich bin auch so scheiß jetzt, dass man die Maps abstimmen muss, dass es immer die gleichen Maps kommt. Yay, wenigstens auf zwei geschafft. Echt? Mann, 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 ey, ich habe dich ja fast mit den Kills noch eingeholt. Wärst du nicht mit deinem Healen gewesen, hätte ich locker ersten Platz gemacht. Wieso, von den Kills, ja? 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 Generell. Wieso, generell? Ja, du hast ein ganzes Gebäude getötet. Yay, Rangaufstieg. Gleich mal Rune checken. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, die 150, dirs. Eine Runde machen wir noch, dann mache ich gleich eine Aufnahme. Dann gehe ich in Minecraft. Echt? Willst du nicht da noch ein Wetter spielen? Irgendwie kein Lust. Krass, wofür nicht. Ey, ich bin gerade mit Runen beschäftigt. Interessiert mich nicht. Mir egal. Ey. Alter. Na was denn, du Schnarchnase, du kannst auch hier die Runen auswählen. So, jetzt kannst. Na, jetzt bin ich beleidigt. Wer nehm ich denn jetzt noch? Wie viele Runden wollen wir noch spielen? Zwei Stück. Eine, würde ich sagen. Warte mal, wird die Map gewechselt? Wer nehm ich denn jetzt noch? Verspielen wir mal den. Nimm ich mal den geilen Speyer. Ne, oder ich nehm den hier. Guck mal, ich hab einen mit Obsidian-Rüstung. Was? Es gibt schon wieder ne neue Rüstung. Obsidian? Gab's schon, gab's auch schon. Ich bin mir sicher, Bronze, Silber, Gold, Diamant. Nein, das ist Obsidian. Das ist kein Diamant. Ich hab gar keinen mit Rüstung. Gar keinen? Ja, gar keinen. Wo ist denn die Dings da? Nein, das da. Wie heißt das immer von normalen? Wellenbrecher. Genau. Ja. Und wieder der Nekogami, der geht's kann. Ach, halt die Klappe. Was? Bist du das, oder was? Ja. Äh, wusste ich gar nicht. Wieso sagst du das? Wieso antworte ich diese Frage überhaupt? Du doof bist. Aber macht diesmal niemand die Drohnen kaputt? Nö, flieg mal zurück, mach mal kaputt. Nö, flieg du doch zurück und mach kaputt. Ich bin aber schon ganz vorne. Ich auch. Mach Platz da, ich bin der erste. Kannst du mal bitte deinen Kopf aus meinem Arsch nehmen? Bist du jetzt ein Hund, oder was, was du am Arsch riechen musst? Na gut, ich mach sie kaputt. Er ist gestorben. Alter, Leute, blockiert mich nicht. Alter, wie viel Level bin ich denn das gestiegen? Aua. Keiner ein Healer. Der macht sich zum Ball sehr sinnvoll, wenn keine Gegner da sind. Leben? Nein. Wow, ich hab mein Kill. Blieben. Na, ich bin hinter die Absperrung gekommen, scheiße. Oh, Mann, Mann. Hier sind Heiltrecke da oben. Bei mir nicht. Was, bei dir nicht? Das zählt für alle, du. Oh, der Heilt uns. Oh, der Heilt uns. Ich will den da oben zu nehmen. Dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Was hast du gesagt? Das kriegt er mit, ne? Wenn ich flüstere. Flüstern ist ja auch nicht so scheiße, Lachen. Seit wann ist Labern scheiße? Wenn sich jetzt mit Furzgeräuschen verständigen, oder was? Ja klar, warum nicht? Einmal Furzen für ja, zweimal Furzen für nein, oder was? So ungefähr. Ach kacke, jetzt hat mir die Ballista den Kill gemopst. Schwende, das ist meiner. Hä? Ah, ich drück die ganze Zeit auf W! Fuck. Kein Wunder, dass ich... Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, doch vom Ende nicht sterben. Ah, schon wieder ein zweiter. Ah, wer ist erster? Seh ich gleich. Du. Ich muss mal gucken, ob jetzt neue Map, ich hab Bock noch eine Runde auf eine neue Map zu spielen. Oha. Was? Jetzt ist neues Map-Voting. Oh. Mova ist gar nicht für Mova. Ah egal, wer spielt. Da waren wir gerade drauf. Das ist Mova? Ja. War nicht Mova die... Naja, von mir aus hier Captain Towers enthalten. Ne, Mova war die ganz große Map. Chaos auch nicht. Ist das noch ein paar Runden spielen? Irgendwie ja nicht. Naja, egal, spielen noch eine Runde. Eine geht noch von mir aus. Eine geht noch. Eine geht noch. Eine geht noch. Komm, nehmen wir mal den jetzt zum Abschluss. Okay. Oh. Was machst du für einen Scheiß? Hallo? Wieso habe ich mir jetzt einen Behinderten-Magier? Alter, wie keiner Towers in Titans mag. Ja. Capture-Punkt. Ist doch ein Nether-Gate. Wie haben sie eigentlich eigentlich die originalen Namen genommen? Bei Towers in Titans haben sie es gelassen. Capture-Punkt heißt eigentlich Nether-Gate. Mova war glaube ich Chaos auch nicht. Und das andere war, äh, Ballista. Die ganz große Map gibt es irgendwie gar nicht hier zur Auswahl. Doch, die haben ja alle dafür gestimmt, ne? Ja, wahrscheinlich damit wir, die für das andere gestimmt haben, keine Rüsten haben. Ach so. Das ist ein Zerger. Das habe ich bei Strife gemacht heute Morgen. Du kannst ja da so'n, so'n, so'n Belage, so'n riesigen Affen rufen. Aber so'n Gorilla. Der ist für Gebäude ziemlich gut. Die haben den alle unten hingesteckt, haben sich alle unten hingestellt, äh, unten an der Linie gestellt, an der Botlane glaube ich. Und ich war oben mit nem Kumpel, ich hab in letzter Sekunde gewählt für oben, der ist nach oben gekommen, die muss den ganzen Weg durch die Map nach oben laufen. Voll das Arschloch. Irgendwie dauert mir das jetzt zu lang. Ey, was willst du unterdrücken? Wir machen jetzt noch die Runde. Und danach zocken wir Minecraft. Na, kein Bock auf Minecraft oder so. Alter, komm! Dann hol dir Ed's Wort. Ne, danke. Wir machen bald Aura King, du. Was? Willst du ja nicht. Wollte dich heute aufnehmen. Können wir von mir aus gerne machen. Ja, jetzt leider nicht mehr, wenn du so spätigst du da raus hast. Oh. Kein Skin. Mann. Ich hoffe, die haben den nicht wieder versteckt. Der Franco ist wieder da. Und ein Papierdrache. Ich mag den nicht so gern. Gibt sie auch Kisten? Nein. Das war nur noch bei der Militär. Ich dachte als erstes, weil ich Level abgeschrieben, dass da ein Hacker drin war. Irgendwann habe ich gecheckt, dass hinten so Goldkisten sind. Der ist wieder mit seinem Schwanz am Spielen, der Typ hinter mir. Zum Glück bin ich nicht hinter dir. Der kriegt mich nicht. Der kann seinen Schwanz bei sich behalten. Oh, hier sind so viele, geh ich da. Den will ich haben, das, Michael. Krieg ich den noch? Krieg ich den, krieg ich den, krieg ich den, krieg ich den. Schieße, schieße, schieße. Alter, komm. Ach, weißt du was, der kann mich am Arsch lächeln. Okay, jetzt habe ich mir noch zwei Stück. Und ich? Gar keinen. Ach du, kleiner Wurz, ey. PVP war das damals lustig mit dem Drachen. Wenn du nah genug an die Gegner kamst, waren die tot. Nur irgendwann, irgendwann haben sie, ich finde das immer langweilig, dass die Spieler immer gleich aufgeben oder abbrechen. Voll langweilig. Alter, eine Sekunde hätte es aber noch leben können. Dorn-Tot ist nicht so meiner. Weiß ich nicht. Ja, Mann. Ich habe den Stunden lang gespielt. Den auf scheiß Platinum zu bekommen. Zu bekommen, nicht zu bekriegen, sondern zu dem. Ich übernehme mal den anderen Kapernpunkt. Capture-Punkt. Da sich irgendwie sonst keine Sau drum kümmert. Du brauchst eh nicht. Wie vor diesem kacken Tor stehen meiner. Oh, jetzt ist der Fichser. Das ist der Affe manchmal. Oder egal. Ich komme. Wahrscheinlich am Ende auf dem letzten Platz. Du kommst? Wie? Ich komme erst da. Tränke, 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 tränke. Alter, alter, alter. Dieser scheiß Ding ist noch da unten schade. Oh, na, nicht schon wieder. Schon wieder tot? Na, ich habe es irgendwie geschafft zu überlegen. In dem ich den Gegner gekillt habe. Ich habe ja diesen Typ, der glaubt mir mal die Kills. Wer denn? Das ist ja mit dem Papier da. Ich mag den Drachen nicht. Das ist so eine Killtenklauerklasse. So kann ich das nicht. Ah, geht doch. Ja, er ist gestorben. Ich bin in der Sicherheitszone. Des, wo bist du denn? Ach, da oben. Ich habe gerade auf die Karte geguckt. Ach, ich hätte es in Washington. Ich gehe doch mal in der Hals rum ankommen. Und ich bin... Erster. Ich darf gerade helfen. Noch eine Runde, oder was denn das jetzt? Ich habe keinen Bock mehr. Echt? Was machst du denn da unten, ey? Letzter Platz. Oh, ich bin mit dem Dornentod gerade auf Silber aufgestiegen. Willst du dich noch verabschieden? Wieso verabschieden? Wieso wohl, du Affe? Ja, schau erst mal. Ich bin dann weg. Ich schau jetzt auf. Ei, ei. Bitte auf, Mann.